Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Folge von den WalkenDead. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Exak und wir legen auch gleich los. Letzte Woche waren wir an so einem komischen Aussichtspunkt und dort war ein verschlossenes Tor und da vermuten wir wahrscheinlich Lebensmittel und so weiter drin, weil das einfach noch nicht aufgebrochen wurde. Während wir das aber versucht haben zu öffnen, kam irgendein fremder, ja, junger Mann dahergehumpelt und wollte die Clementine so mehr oder weniger abschießen. Also er hätte es wahrscheinlich nicht getan, aber er hat immerhin mit der Waffe rumgefuchtelt. So, und wir haben ihn jetzt gestellt, haben ihn die Waffe weggenommen und jetzt wollen wir herausfinden, was dieser Typ will und wer das überhaupt ist. Schauen wir mal. Clem, sicher, dass er keine anderen Waffen hat. Hmm. Nein, ich habe noch mehr Waffen. Ich versuche zu dir. Wir müssen nur sicher, dass du nicht ein... Was? 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 Das ist eine wirkliche Stache der Medienste. Nein, 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 nein. Was du mal, aber nicht leid. Das ist für meine Frau. Meine Frau, meine Frau, sie ist sick. Das Schmerz macht sie es sich, und das macht sie sich. Bitte! Ist es nur du und deine Frau? Nein. Wir haben viele Freunde. In die Wälde. Frau oder nicht, wir könnten wirklich zufangen. Nein, du bist nicht so nett. Du hast mich bereits aufhören, und du hast jetzt meine Freundin's Medizin? Du hast Angst. Hey, wir haben Menschen, die zuhören. Wer braucht diese Medizin? Luke ist noch ein Verbrecht nach Carver. Kenny ist ein Verbrecht. Rebekka ist in Schmerz. Schau mal alles. Clementine, wir brauchen diese Verbrechtung. Menschen sind nur so viel wie du bist. Du bist nicht speziell. Clementine, ja? Oh Gott, wie soll ich mich denn da jetzt entscheiden? Oh ja? Ich denke, du bist nur ein Junkie. Du weißt, was diese Worte bedeutet? Oh nein, ich sage die Wahrheit. Ich schweige auf meine eigene Leid. Du ziehst sie nicht. Ich schraube niemanden. Lass sie gehen. Oh Gott. Danke, Clementine. Danke. Oh. Was ist richtig? Du musst dich hier machen. Jeanne, was sollst du machen? Qu� Wahrscheinlich war das wieder ein Fehler, ihn leben zu lassen. Aber vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Ende dieser Mühe getroffen habe. Einige dummen Kind? Ich dachte, du würdest ihn schießen. Warum? Wollte ich mich? Geh die anderen. Ich werde dieses Ort öffnen. Dann müssen wir in den Weg gehen. Was ist denn das jetzt? Achso. Hm. Kritisch, kritisch. Clem, Clem, hey. Habt ihr Glück mit dem Observation Deck? Ich war nur auf Rebekah und Kenny. Sie sagten, sie haben mich nicht gehört. Ich glaube nicht, dass es viel wird. Aber Jane scheint ziemlich respektvoll. Das Deck könnte sein, wo wir heute Abend bleiben können. Die Nacht, wo Rebekah das Baby haben könnte. Zumindest, wenn wir etwas besser finden können. Ich glaube, das ist etwas. Ich sollte es schauen. Jane ist noch da oben? Ja. Sie versucht, die Schwersteller zu öffnen. Ich kann sie nicht herausfinden. Ich meine, sie schützt es wirklich auf der Linie, aber gleichzeitig, sie zeigt dir nichts, was es klappt. Ich mag sie. Sie ist ehrlich und sie weiß, was sie macht. Ja. Das stimmt. Das ist mehr, als ich für einiges sagen kann. Jane ist der typische Person, die mit Hörsteller getroffen wird, du weißt? Aber wenn ich jetzt auf Kenny sehe, sieht er einfach... Er scheint kaputt. Und kaputt werden die Menschen schrecklich. Ich weiß, dass du mit ihm eine Geschichte hast. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Er hat zumindest angefangen als ein guter Mann. Ja. Er versucht immer, die richtige Sache zu machen. Aber er ist noch nicht das gleiche. Ich bin glücklich, dass du dich auch sehen möchtest. Bei Kenny sollte man aufpassen. Ja, gut. Ich will, äh... Ich will dich wieder sehen. So, da holen wir doch mal die anderen. Ich bin noch nicht in der Arbeit, Kenny. Was ist, wenn etwas falsch ist? Nichts falsch ist. Baby wissen, wie zu sein. Clementine. Was hast du? Die Gebäude nach hinten hat eine Aufmerksamkeit. Woher der Baby wird sicherer? Es wird so viel schneller, als ich dachte. Ich habe gesagt, du bist alles aufgerissen. Du bist alles aufgerissen. Es ist hoch, also es muss sich sicher sein. Von Walkern. Das ist gut. Alsbald Mike und Bonnie zurückkommen, werden wir gehen. Hey, Clem. Glad you made it back safe. How are you feeling? Scared, and it hurts. I wish Alvin was here. Everything Alvin did was for you and the baby. Back at Carver's, in the office. He stayed behind to stop the people chasing us. He died to keep us safe. Jesus. Of course. Of course he did. I know it's a waste of time. But I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. Das ist wohl normal. Ich meine, das ist halt einfach so. How am I ever gonna do this without him? We'll all help you keep the baby safe. Oh yeah? You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Ah, oh shit. I got this. We ain't seen Mike or Bonnie in a while. And I'm not saying I don't trust him. But I'd appreciate it if you went and checked up on him. Mmhm. I'll go ahead. I'll be fine. Dann geh mal gucken. Oje. Ja, wir quatschen denen jetzt mal nicht an. Wir lassen die jetzt einfach mal in Frieden. Wir suchen jetzt einfach mal nach Mike und Bonnie. Ich hab schon fast vergessen, wie die aussehen. Musst die eigentlich so langsam laufen? Dann geht's vielleicht einen ganz kleinen Tick flüssiger. Es wird langsam dunkel. Ich find das ja jetzt sowieso ein bisschen gefährlich. Hey, Clem. Yeah. Ja, würde ich dir auch sagen. Ich finde, das sieht lukrativ aus. Hier kann man doch bestimmt noch was entdecken. Du denkst, vielleicht sagen sie das Thema über Wasser und Blankets, nur um die Leute aus dem Weg zu holen. Oh, du wirst nicht wissen, was du da bist. Und du musst nicht mit mir kommen. Nein, ich wollte es. Nichts. 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 Hey, schau mal an das. Ein altes Kott. Schön. Schön, Clem. Du solltest auf das sein. Es wird viel kalt werden, bevor es beginnt zu warm. Kenny hat gesagt, wir brauchen Blankets. Es ist nicht wirklich ein Blanket, aber... Aber es sollte das tun. Good call. Ich glaube, du hast das altes Kott, ich dir. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so schlecht. Über alles, was passiert. Ich hoffe, du nicht immer so denken, dass du mir so gut. Ich würde dich nicht schäuern, wenn du es getan hast. Ich habe immer noch nicht die beste Kott. Du hast endlich geöffnet deinen Augen über Carver und wie ein schlechtes Person er war. Das ist etwas. Ja. Clem hat eine Jacket gefunden. Das ist gut, aber nicht Grey, wie du... Wir können Rebekka nicht in eine Konfederatung setzen. Oh, ich habe noch nicht gedacht. Ich glaube, es ist besser als nichts. Hm. Ich wäre bei dem ein bisschen vorsichtig, aus irgendeinem Grund. Es sind sicher einige Tiere hier drin. Schau, wo du bist. Souvenirs, oder? Schauen Sie sich eine Schlüssel mit deinem Namen drauf? Nein. Und warum würde ich eine Schlüssel wollen? Ich habe noch gar keine Schlüssel. Ah, guter Punkt. Ah! Ah! Ich sage dir, ich mag sicher nicht, nahe in einer Grave, mit dem Weltall wie es jetzt ist. Was du denkst du jetzt? Du bist immer in der Schraubung. Ja, wahrlich. Was ist das? Hier! Wasser! Bottelt und klingelt. Das ist nur was wir brauchen. Mhm. Es ist lockt. Willst du es runterziehen? Das würde ein enormes Geräusch machen. Ja, vielleicht. Du weißt, wenn jemand genug genug war, könnten sie vielleicht durch die Gap da. Ich könnte es vielleicht vertreten. Aber ich weiß nicht, ob das viel helfen würde. Okay, okay. Ich gehe. Danke, Clem. Öffne die Tür vom anderen Seite. Mike will diese Dinge rausnehmen. Es wird ein bisschen schwer für dich. Hm. Pass mal, der durch wird tatsächlich. Oh Gott. Das war ja irgendwie klar. Jetzt traue ich ihm. Hä? Nix was? Was passiert? Oh. 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 Ich habe das. Ich habe das. Der schleppt jetzt zwei oder was? Alter Schwede, nicht schlecht. Das sieht ziemlich schwer. Das ist gut. Ich weiß, dass es viel ist. Aber wir können alles überführen. Wir können alles überführen. Das ist gut. Ich weiß, dass es viel ist. Aber wir können alles überführen. Das Baby wird schwer auf alle anderen. Especially Rebecca. Und zwischen dir und ich. Sie ist nicht so gut. Ja. 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 Nein. Wo war es? Wo ist es? Hier. Nein. Nicht, 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 nicht. Mach es nicht. Mach es nicht. Mach es nicht. Das ist zu lustig. Oh. Ich bin mir sogar kackler, als ich vorher war. Wie kann ich zu einem Ort aufkommen, wo ich trage mich, dass ich keine Raccoon umsatmere? Na, zumindest war es ziemlich Spaß. Ja. Ich glaube, es war. Komm schon mal. Schauen wir mal das zurück zu Rebecca und den anderen. Wir haben nicht viel Zeit, zu töten. krank nicht erwischt oder wenn die kinderklein allein wir sollten weggehen ich glaube wir sollten gehen er kann es doch nicht mit dem alle Bleib hier Clementine Wo ist das Platz, wo die Jane gefunden hat? Ich zeige dir! gut, jemand helfen mir Oh Gott, es sind so viele Wir müssen weg von hier Mike, helfe Kenny! Jesus Clem, ich... ich glaube nicht, dass er okay ist Er verliert es Er macht es, um uns zu schützen sicher Wir können die doch nicht da alleine lassen Kenny! Komm schon, Mann! Los geht's! Ja, ich wollte gerade sagen Was bleibst du lange da stehen? Ja, ich wollte gerade sagen Hm, so viele Streude Was mit dem Wasser? Was mit dem Wasser? Es war so menschlich, wie ich in einem langen Zeit Ich habe fast vergessen, was... Clementine! Jesus, Clem... es ist nicht... Luke? Es ist gerade passiert Ich war nicht... Was ist passiert? In hier Schauen wir uns zufrieden Was machen die zwei hier? Kenny! Was ist passiert? Wir haben Gott weiß, wie viele Walkers da sind Sie sollten dir ein Augenblick aufhalten Hey, warte mal einen Moment Sag mir, was ist passiert Was passiert ist, dass du ein schrecklicher Mann Ich bin schrecklich Du weißt, du hast eine große Nerve, Kenny Die Walkers sind hinter uns Wir müssen sie abziehen Wir müssen sie abziehen Aber zack, zack jetzt Fuck I'm sorry Shit Right over here They're coming up the stairs Here Mach dich schön zu You want to help? Get out there and keep the Walkers off us I'll do this I've been here before They can't rush us on the stairs Shoot them before they get to us I'm going outside I'll help hold them back Go I've got Rebecca Here they come Here We can't let them up Feuer frei, würde ich sagen Ja, das ist doch ein geiler Zeitpunkt, um ein Baby zu kriegen Oh There are too many of them Shit Keep Shoot it They are not getting up here Find something to block this gate Help us Die Kanone Die Kanone We can block the gate with this I'll help them coming Die Kanone Bewegung Vielleicht noch eine Kugel reintun Ready? Oh shit Holy fuck Huh What the fuck is going on out there? Get back! Get back! Oh shit Oh my god Oh my god But I mean Da kommen jetzt keine Viecher rein. Und zehn! Ist das spannend wieder. Was? Äh. Ich weiß nicht, aber... Hey, vielleicht können wir es erst mal machen. Lass das Deck! Lass das? Bist du verrückt? Woher werden wir das machen? Ich weiß nicht, schau mal an! Schau! Das wird funktioniert. Wir haben das alles, dass das Ganze runterkommt. Bist mich. Hm. Oh Mann, oh Mann. Wir gehen näher. Zeit. Geh! Komm! Hau zu! Und das Abstürzen der Plattform werden wir nächste Woche erst sehen. Hehehehe. Mein Gott, ist das wieder spannend hier, Leute. Oh, jemini, jemini. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Und nächste Woche schon mal da weiter. Gucken wir mal, dass das Baby irgendwie zur Welt kommt. Und vor allem wir auch überleben. Äh, ja. Es bleibt spannend, 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 spannend. Ciao, ciao. Peace you all. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.